Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 12 Minutes. Ich habe das Gefühl, wir kommen der Lösung immer ein bisschen näher. Wir haben ja letztes Mal erfahren, dass die Frau ihren Vater doch nicht getötet hat. Es gibt nämlich einen Twist. Sie meinte, sie hat ihn an Heiligabend umgebracht. Fakt ist, dieser Polizist da war ein guter Freund vom Vater, hat gesagt, er wurde am 31.12. sprich an Silvester umgebracht. Die Frau war an Silvester hier, also hat sie nicht getötet. Und dem gehen wir jetzt auf die Spur. Wir machen das gleiche wie immer, nehmen die Becher. Los. Messer, Polaroid-Foto. Come, come. So, da kommt sie raus. Das Handy muss ich noch nehmen. Komm mal her. Ich weiß, du hast das sehr gemacht. Bla, 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 sitz ab. Ich nehme noch das Handy mit, weil wir haben ja im letzten Part auch noch, dank dem Handy vom Polizisten, Nummern freigeschaltet. Ich gehe jetzt wieder die Schlaftabletten vorbereiten. Schlaftabletten. Ich nehme auch gleich die Uhr mit, komm. Ja, Ventilator, Gitter. Oh, Taschenuhe. Kann ich jetzt zum Beispiel seiner Tochter anrufen? Uh, Bumblebee anrufen. Okay. Erzählen, dass ihr Vater deine Frau verhaften will. Aha. Dein Vater sagt, dass meine Frau ihren Vater verhaften will. Er kommt, um sie zu verhörtern. Das ist nicht lustig, du Schäufe. Sagen, dass seine Frau unschuldig ist. Gut. Äh, ah shit, ich hab die Tabletten vergessen vorzubereiten. Fuckin' hell. Oh. Komm, komm, mach hier ne. Wunderbar. Dann Tabletten. Ne, nicht Taschenuhe. Tabletten. Ah. Jetzt können wir das der Frau geben. Na, Schätzelein, hast du... Was soll ich hier zuerst das Polaroid-Foto geben? Look, this is proof you're innocent. What are you talking about? A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, how your father died, it was not what you think. I know how he really died. What are you... It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve. Okay, das kennen wir jetzt. I could... Okay. What? But he didn't die, when you shot him. Where are you? He survived. Somebody else killed him, after you ran away. That old Polaroid from the coffee shop. It proves you weren't there at the time. This is a lot. I know. Ja. Hier ein bisschen Glas Wasser? Here's this. I'm not thirsty anymore, but... Oh, God. Okay. Äh, mit dir über die Vergangenheit reden. Warum hast du die Uhr verkaufen wollen? Okay, das... Ah, stimmt, das habe ich auch gefragt. I tried to sell the watch for a baby money. And I mean, honestly, I just want to get rid of it. Fucking hate that thing. It's a... It's a good luck of a watch. Yeah, I know. Äh, wer hat deinen Vater ermordet? So, who could have killed him? I mean, with his work, he had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean... Hm, die Affäre? Hm. Wie die Mutter F das erfahren hat. Wie hat deine Mutter erfahren, ob die Affäre? Dad hat die Nanny aufgenommen und sie wollte es halten, so... Es war schwer, dass es das segreste. Es gab Probleme. Eine junge Frau hat in der Kindesbärmung. Mein Vater, Gott. Er wollte das Kind adoptieren, aber er konnte das nicht mit meiner Mutter. Was hat deine Mutter gesagt? Hey, Bumblebee. Sie hat nur in der Fall getrunken. Was ist das? She hated him so much by the end. What did he do? Nothing. He didn't do fucking anything. Honey. And I didn't do until the day she died. Okay. Ähm. Ah, shit. Das ist ein bisschen viel auf einmal, ne? Gespräch verlassen. Ne? 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 Kannst du mal die Fresse halten. Hallo? Nein, ich stehe ja schon hier. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Begrüß. Ich habe Begrüß. Ja. Schau mal diese Bildung. Schau mal die Date. New Year's Eve, die Tag mein Vater verlor. Diese Koffee shop ist in der Körner. Ich kann ihn nicht mehr verlor. Ich kann ihn nicht mehr in zwei Bereichen einmal. Er hat mich immer wieder einmal gemacht. Wie hast du einen Polaroid verletzt? Das ist es. Was? Es zeigt, dass ich es nicht gemacht habe. Du hast ihn und du hast ihn zu sterben. Aber es war nicht... Was ein Vergnügen. Er war ein großartiger Mann. Ich kann nicht vorstellen, was er... Du ihn kennenzulernen? Er war wie ein Vater für mich. Er meinte mich alles, was ich weiß. Er hat mich gefreut. Und du hast ihn gefreut. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin sorry. Ich miss ihn auch. Wie kennst du ihn? Nein. Nein, nein. Du hast deine Chance, zu sprechen. Jetzt ist es mein Turnier. Hey! Sag mal! Gib ihm einfach die verdammte Uhr. Hier. So? Scheiße, ich dachte, das hilft. Oh mein Gott. Ja, jetzt sind wir wieder am gleichen Ort. Was macht er jetzt? Oh, jetzt bringt er mich wieder um. Ach, wow. Just stopp. Just stopp. Please. I'll tell you. Just don't, don't hurt him. Please. Please. Watch. He's in there. Und da bin ich tot. Schön. Wieder von vorne. Becher. Messer. Becher. Polaroid-Foto. Äh. Komm. Teller nehme ich auch wieder mal mit. Okay. Hi. Ja, 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 ja. Also, ich nehme das Handy noch mit. Ja. Telefon. Gut. Gehen wir mal wieder ins Badezimmer. So. Nehmen wir wieder alles mit. Schlaftabletten. Messer für die Uhr. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es jetzt? Ähm. Ich fülle schon mal einen Becher mit Wasser. Ja. Das können wir ja schon mal machen. Beziehungsweise auch schon die Schlaftabletten reinpacken. Ja. Und dann rufen wir wieder Bumblebee an. Ja, die sind bei mir. Hallo? Hey, hey. Dein Vater sagt, dass meine Frau ihren Vater verletzt hat. Kannst du dir helfen? Bitte. Er wird sie verletzen. W-w-w-what are you talking about? Why would you say that? Ähm. Ähm. Auf ihren Krebs ansprechen. Oh shit. Kann ich hier nochmal anrufen? Ich will sie nochmal anrufen. Oh mein fucking Gott. Okay. Dann muss ich es anders machen. Ähm. Ich gebe ihr wieder mal die Schlaftabletten. Ja. Ja. Sehr gut. Komm. Trink das Zeug und geh schlafen bitte. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich mach das Licht einmal ein und aus. Ähm. Ja. Jetzt geh doch einfach schlafen. Okay. Wäre schön. Wäre sogar mega schön. Ja, machen wir. Okay. Ich mache die Tür einfach mal schnell auf. Dann sieht er sie direkt. Und dann gehen wir wieder warten. Warten, warten und noch mehr warten. Bis der liebe Polizist wieder hier war. So, mache ich jetzt die Drextür auf. Hm, hm, hm. Ja, jetzt ist er wieder K.O. Sehr gut, dann können wir jetzt endlich wieder in den Einsatz treten. So, mein Lieber. Wissen wir jetzt ein paar Sachen mehr. Ich nehme mal alles, was du hast. Und dann fessen wir ihn wieder. Dann probieren wir irgendwas über die Tochter rauszufinden. Ich muss ja die vielleicht irgendwie überzeugen, dass er direkt wieder abhaut. Keine Ahnung, der scheint seine Tochter sehr zu lieben. Was ja auch verständlich ist für Eltern. Oder so, so müsste es eigentlich sein. Ja, ja. Rede mit mir. Äh, ihm von ihrem Bruder erzählen. Nach seiner Beziehung zu ihrem Vater fragen. Nein. Den Bruder erzählen. Sagen, dass sie unschuldig ist. Sie hat ihn nicht töten. Sie war nicht da. Du verdammter Maron. Nein, ich bin ernst. Prove es. Aufbehaaren, dass sie unschuldig ist. Hier. Ach. Muss ich dir jetzt das Bild zeigen? Hier. Look at this picture. She's innocent. She took this. Let me go. Nein. Ah. Muss ich dir wieder ins Bein schießen, oder was? Ah. Redest du jetzt? Was ich will? Nach dem Kindermädchen fragen. Was wissen Sie von der Nanny, die er mit dem Affair hatte? Wer weiß. Es war Jahre vor. Einen Bruder erzählen. Sie wissen, dass sie einen Bruder hat. Was? Es war von der Affair mit dem Nanny. Das war Jahre vor. Was wissen Sie von ihm? Nichts. Das ist das erste, was ich von ihm gehört habe. Hm. Nach der Krankheit fragen. Ich will sagen, dass du unschuldig bist. Oh Mann, was soll ich denn mit ihm sonst noch machen? So eine Beziehung zum Vater fragen. Soll ich es machen? Komm, er kann mir ja eh nichts machen, oder? Er kann ja eh nicht aufstehen. Gleich bringt es ja was. Oh, tot! Ja, dann rufen wir mal die Tochter an. Bumblebee anrufen. Hm, das geht nicht. Was ist mit dir? Oh. Wird man sehen. Diesen Loop habe ich verkackt. Ja. Ähm. Ja. Nicht 911 anrufen. Deine Frau ist bewusstlos. Deine Frau ist bewusstlos? Äh, ich drückte meine... ... und sie ist nicht wachst. Sir, was hast du ihr gegeben? Schlafpillen. Ich habe ihr zu viele Schlafpillen gegeben. Wenn sie die Bewusstsein entlangt, vermittelt die Vomiten. Eine Ambulanz ist auf der Weg. Sie sollte dort in 15 Minuten sein. 15 Minuten? Das ist nicht... Was, wenn sie nicht 15 Minuten hat? Ich kann dir die Direktionen zum nächsten Hospital geben. Nein, nein. Schreibe eine Ambulanz. Danke.